Dieser Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen, fünftürigen, SUV Platz. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Rechtsgrund Mini Frost. Ne shoulders mit. Bildschmer 3.540 Euro. Bildschmer 2.5 pani Lindgren. F이�ional Generation. Bundschmer 3.5ze. Bildschmer 3.5 hungryrecihprecht. Bildschmer 3.5. Bildschmer 3.521 Euro. Bildschmer 3.545 Euro. Bildschmer 4.5. Bildschmer 4.546 Euro. Bildschmer 4.5 Million.